Und damit hier Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D World Ultra Modded, wie auch immer ihr das nennen wollt. Wir haben beim letzten Mal Welt 1 gemacht und falls ihr es nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall aus. Es war mega funny, es war mega cool, es war innovativ, es war krass. Und heute starten wir in Welt 2 Super Giga Ultra und zwar mit Daisy, die tatsächlich über Peach gelegt wurde. Genauso habe ich ein paar andere Charaktere, die wir uns heute im Laufe des Videos angucken. Ich würde sagen, wir starten rein und oh mein Gott, ist das riesig. Okay, guten Tag. Ich habe keine Ahnung, wo die Green Stars sind. Ich habe keine Ahnung, wie wir uns hier fortbewegen sollen. Oh mein Gott. Oh, oh, aber das ist keine Katze, das ist eine Kuh. Aber wir haben ein besonderes Katzen-Outfit schon mal. Finde ich actually ganz nice. Bam. Okay. Boah, Riesen-Coins, aber sind nicht mehr wert. Wichtig. Das erfüllt nicht so ganz seine Funktion. Aber wir könnten hier schon einen Green Star verpasst haben, nicht? Ey, die Level sind ja wirklich riesig. Ich dachte, ja, doppelt so groß. Das klingt jetzt nicht so krass. Aber das ist ja einfach tausendmal größer. Geist, falls ihr hiervon nichts mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abonnement da. Ist nur zu empfehlen, ihr werdet immer direkt benachrichtigt, sobald ich eine neue Folge von dem hier hochladen. Boah, die Röhre ist riesig. Kommen wir da rein? Nein, warum nicht? Scan. Ich hoffe, wir können überhaupt Sterne einsammeln. Sonst muss ich die ganzen Level nach diesem Video nochmal ohne die Mod weiterspielen. Das wäre not so gut. Okay, okay. Ich finde es auch sehr gut, dass wir alle Sterne bisher eingesammelt haben. Oh. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ein bisschen langsamer ist es auch okay. Ja. Lol, wie sollen wir das schaffen? Ach, ich kann ja... Warte, wie muss ich das dann machen? Das ist ja ganz cursed. Ach, keine Ahnung. Weiter geht's. Okay. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass wir schon mehr als einen Stern verpasst haben. Aber ich kann mir halt nicht sicher sein. Es ist so huge. Ich fühle mich wirklich winzig. Oh, bitte nicht. Aber die sind viel langsamer. Okay. Oh, selbst die Checkpoints sind custom. Das ist eine echt gute Mod. Das ist eine echt gute Mod. Actually. Bitte ein Prinker. Oh. Die Bäume sind cursed ein bisschen. Ey, wir haben immer noch keinen Stern. Das ist halt nicht gut. Oh, ich habe nur noch 100 Sekunden Zeit. Sag das doch. Ach. Och Gott. Nee. Lauf, 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 lauf. Ich wusste nicht, dass Zeitprobleme... ...so ein Ding sind. Feuersuit sieht auch sehr krass aus. Aber wir haben hier viel mehr Platz zum Rennen. Das macht es angenehm. Ich weiß immerhin, wo ein Stern ist. Und da müsste jetzt der Kollege... Nee, nicht hier. Hier? Ich glaube, hier war das. Ja. Der zweite? Oh, die Zeit wird auslaufen. Ey, wir haben viel zu wenig Zeit für das Level. Oh mein Gott. Wir werden es zeitlich nicht mehr hinkriegen. Aber der Toad hat doch auch noch einen Stern. So. Ja, ganz genau. Ja, gut. Dann probiere ich es einfach nochmal. Diesmal ein bisschen schneller scheinbar. Okay, hier ist der Stempel. Die sind ein bisschen anders als im Main Game platziert worden. Oh. Oh. Die Fahnen sehen ein bisschen cursed aus. Ey, aber ist okay. Bin nicht cool mit... Ey, das Level war... Auch wenn es riesengroß war... Es war schwer von der Zeit her, das abzuschätzen. Wir müssen scheinbar sehr fast sein. Das habe ich gemerkt. Aber sonst war das echt cool. Kommen wir zum nächsten gigantischen Abenteuer. Bisher ist das lustig. Gigantisch, weil ja alles groß ist. Ja, ich bin... Sorry. So, wir machen erst das Level hier. Oh, das sieht gar nicht groß aus. Warum sieht das nicht groß aus? Luigi. Also, ich meine natürlich Yoshi. Doch, das Level ist auch groß. Nur die Anzeige stimmt nicht. Es ist so cursed. Und Yoshi ist jetzt sogar rot. Als ich den getestet habe, hatte ich halt kein Feuereitem. Weswegen der Kollege bei mir standardmäßig grün war. So. Wir holen den Stern. Ja, cool. Jetzt noch Yoshi-Sounds. Wäre krass. Ohne Catbell. Das sieht todeskrass aus. Schaut euch Katzen-Yoshi an. Einfach komplett neuer Charakter. Finde ich cool. Oh, wir können die wirklich... Oh, schaut mal. Die hat Katzenohren. Weil wir tatsächlich die Katzen-Mod anhaben. Damit sehen alle Gegner aus wie Katzen. Gegner aus Bowser's Fury. Das hatten wir jetzt vorhin im Level irgendwie nicht, oder? Ich weiß es nicht. Hier ist noch was. Okay. Wir laufen ein Stück. Ist die dabei actually nice. Ist auch in 4K. Du siehst richtig die Haare und alles. Oh, das ist richtig schön. Guys, wenn ihr die Möglichkeit habt, in 4K zu schauen, tut es. Ich glaube, den Sprung darüber schaffen wir gar nicht. Da ist, glaube ich... Ich weiß gar nicht, was da ist. Da ist auf hier... Oh. Das ist Cursed. Ah, das ist das Schattenspiel im Hintergrund. Nur, dass die Kamera nicht in den Hintergrund fährt. I get it. I get it. Cursed auf jeden Fall. Stempel. Nein, ich habe doch geschlagen. Dringend durch die Tür. Und wir sind wieder hier. Okay. Jetzt ist Yoshi grün. Jetzt sieht er doch auch gleich viel mehr wie Yoshi aus. Ja, keine Ahnung, wie man da durchkommen soll, ohne getroffen zu werden. Ähm. Okay. Genau gleich platziert. Hätte ja sein können, dass der irgendwie jetzt in der Luft platziert ist oder so, aber... Die Katzenfassis sehen aber auch cool aus, finde ich. Weil ich hätte nicht gedacht, dass das Riesenzeug mit dem funktioniert. By the way, ähm, Skin-Mods sind Mods, die werden wir immer aktiv haben. Also bis Ende des Let's Plays wird jeder Gegner hier aussehen wie eine Katze. Das wird so sein. Genau. Vielleicht werden wir, ähm, noch ein paar Charaktere austauschen. Das kann sein. Dass wir zum Beispiel Yoshi gegen Wario oder Waluigi oder so austauschen. Mal gucken. Aber, ähm, auf ganz entspanter Basis, es wird erstmal so bleiben. Und, äh, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich gucke natürlich, was ich noch für Mods finde, die die Level an sich verändern. Die Sache ist, wenn ihr nach Custom-Levels sucht, in 90% der Fälle wird halt einfach nur 1-1 verändert. Und das finde ich schade. Ich habe eins für Welt 3 tatsächlich gefunden. Aber ich habe für Welt 3 noch keine Mod gefunden, die das Spiel komplett verändert. Also die, die Level anders machen oder so. Und dann muss ich suchen. Falls ihr irgendwelche Mod-Vorschläge habt, schreibt ihr auf jeden Fall in die Kommentare. Da ich jetzt aber ein bisschen vorproduziere, schreibt jetzt schon für Welt 4, 5, 6, 7, 8. So für die hinteren Welten rein. Nicht für die Zusatzwelten, die machen wir nicht. Aber für die hinteren Welten. Das wäre auf jeden Fall ganz wichtig. Weil, ihr merkt. Ich finde nicht so viele Mods. Der Block da oben, da ist ein bisschen glitchy und buggy. Egal. Gehen wir in das nächste Level. Oh nein, das ist das mit dem Touch-Ding. Kann ich touchen? Ich glaube nicht. Oh, das wird schwer bestimmt. Oh nein, wird es gar nicht. Warum funktioniert das jetzt? Ich sage es euch. Mario Galaxy hat gar nichts funktioniert. Da konnte ich hier machen, was ich will. Und hier geht das einfach... Okay, es geht sehr langsam, aber es geht. Oh. Ah nein. Man kann es auch wieder in die Mitte machen. Okay. Okay. Ich finde, die Katzengegner passen viel besser in dieses Game. Ich mag den Charme richtig hardcore. Ich bin hardcore Katzenfan. Bam. Auch wenn ich nicht so Fan bin, dass das hier alles so tief ist. Ohne Katzenglocke kommen wir ja legit nirgendswohin, oder? Waren hier die Gegner? Hier waren die Gegner. Das heißt, hier drüben können wir runterjumpen. Und da befindet sich tatsächlich... Ähm. Okay. Da haben wir den Stempel. Muss ich die bekämpfen? Weiß das gar nicht. Ah nein, wir müssen einfach durch die Röhre wieder raus. Okay, wusste ich nicht. Die Röhren sind manchmal normal groß und manchmal größer. Cursed. Oder es ist vielleicht so, dass wir in die Großen gar nicht rein können, weil irgendwelche Metadaten oder so... Ich habe keine Ahnung. Ich mag Katzenohren. Also, Hashtag Katzenohren jetzt hier in die O. Okay, dieses Riesending ist auf jeden Fall eine Sache. Die ist nicht so schön. Aber ich finde es innovativ. Ich finde es actually mal wieder innovativ. Hier musste man früher tatsächlich pusten. Aber niemand mag dieses Pusten ins Mikrofon und so. Deswegen hat Nintendo das tatsächlich in der Switch-Version geändert. Oh, kann ich mich hier an was erinnern? Nee, kann ich scheinbar nicht. Okay, weiter geht's. Stimmt, wir können ja auch ein bisschen die Kamera drehen. Ich weiß nicht, ob es das besser macht, aber es funktioniert, okay? Ey, die Folge geht da schon mega lang. Vielleicht muss ich diese Welt sogar in zwei Folgen splitten. Äh. Ich kann ihn nicht bekämpfen. Doch, kann man. Ich könnte mich da an was erinnern. Äh. Okay, ich wäre fast runtergefallen. Weiter geht's. Wie soll ich eigentlich dahin dann kommen? Ich versuche natürlich immer hier direkt Anlauf und alles. Da drüben müssen wir nämlich hin. Oh, ich finde es cool, dass ich so ein Zeiger habe. Da kann ich euch immer sagen, wo ich gerade hingucke. Das ist doch schön. Jetzt gucke ich da hin, weil ich diese Textur angucken möchte, wie die aussieht. Die Beleuchtung ist auch sehr schön, finde ich. Ich habe mir doch keine Gedanken gemacht, wie ich da reinkomme. Ansprung. Und dann müssen wir uns wieder beeilen. Wir haben wieder nur noch 100 Sekunden. Die Zeit in den Leveln ist auf jeden Fall sehr krass begrenzt. Okay. Wir müssen ein bisschen... Bisschen hurryen ab hier. Wenigstens Checkpoint. Auch wenn ich gar nicht weiß, wo das... Haben wir den Checkpoint schon gehabt? Hey, wenn ich das wüsste. Ich kann keinen Stern mitnehmen. Wir müssen ins Ziel sprinten. Nein, bitte. Hallo? Schnell, komm. Ey, das finde ich unfair. Die Zeit ist echt unfair. Die Level sind doppelt so groß. Die Zeit ist halbiert. So fühlt es sich zumindest an. Okay, wir schaffen es aber. Hier war das Ziel, oder? Ja. 14 Sekunden noch. Also die Zeit ist auf jeden Fall sehr, sehr krass limitiert. Das ist okay. Bro, damit habe ich gar nicht gerechnet. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall auf die Zeit aufpassen. Das wird noch sehr wichtig werden in den folgenden Leveln. Okay. Kommen wir direkt zum Nähe. Oh, da wäre eine Röhre. Will ich da rein? Nur eigentlich schon. Mal gucken, was da drin ist. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ein Toad House. Ja, wir haben weder ein Item, noch ein Item in unserer Tasche. Wir sollten vielleicht wirklich mal da reinschauen. Äh, jetzt kommt die andere Sache. Kommen wir überhaupt an die Geschenkkisten dran? Wir nehmen die kleine. Wir wollen nicht so gierig sein. Jaja. Ähm. Ah, eigentlich andersrum. Katzen Yoshi sieht einfach so krass aus. Auch wenn wir fürs nächste Level natürlich einen anderen Charakter nehmen werden. Der per Zufall bestimmt wird. Und es kann natürlich jetzt sein, dass wir wieder mit Daisy spielen. Aber das wäre doch nicht so schlimm. Oder wir wählen halt einfach die neuen Charaktere einfach selber aus. Weil ich habe nur noch einen neuen Charakter. Ja, komm. Dann wähle ich den jetzt aus. Und dann spielen wir mit dem. Nämlich Mario. Aber nicht irgendein Mario. Das ist der einzig wahre 8-Bit Mario. Aus Mario Odyssey. What the hell passiert hier? Das ist ganz cursed. Cursed. Ich habe keine Ahnung, wo hier die Sterne sind. Das ist so cursed. Ich glaube, ich weiß, wo einer ist. Oh. Röhren funktionieren nicht. Oh. Das ist gut zu wissen. Sieht auch. Mega cursed aus. Kann man hier stehen? Ja, kann man. Ist einfach nur ein bisschen buggy. Doch. Ich glaube, hier war doch der erste Sterne. Ja, ganz genau. Können wir hier in die Röhre? Ja. Also. Sie funktionieren. Ob sie gut funktionieren, sei jetzt mal dahingestellt. Oh. Das ist richtig buggy da hinten. Äh. Lauf, 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 lauf. Oh Gott. What the hell passiert hier? Checkpoint. Hä? Guys, wenn ihr wisst, was das ist, schreibt das gerne mal in die Kommentare und warum das passiert. Ich bin mir sicher, dass es einfach nur ein kleiner Fehler vom Mod-Ersteller oder es ist vielleicht sogar ein ganzer Engine-Fehler. Vom Game an sich. Das kann ja auch vorkommen. Ich kann mir vorstellen, dass hier ein Stern ist. Nein? Schade. Aber eine Röhre. Ah, hier sieht es schon ein bisschen besser aus. Bisschen schief, das Ganze, aber es ist ja... Ui, ui, ui. Kein Problem. Wo komme ich hier hoch, ihr Arm? Man kann da rüber. Lol. Das ist einfach nicht geladen gewesen. Stimmt, wir sind ja immer noch eine Katze. Das ist so subtil eingebaut. Mare ist halt geil. Oh, die Beleuchtung ist auch ein bisschen weird. Aber das soll es nicht aufhalten. Ich finde auf jeden Fall... Von der Idee her, alles einfach hundertfach zu vergrößern, finde ich es cool. Und es ist auch gelungen. Sagt ehrlich, Guys. Ich finde, es ist gelungen. Da ist eine Röhre. Ich weiß aber gar nicht, was die macht. Bammt, das ist einfach nur der untere Weg. Ich weiß nicht, ob ich in die Röhre soll oder nicht. Vielleicht kümmern wir uns erstmal um den Stern, der hier unten ist. Da ist er. Okay. Oh, okay. Uns fehlt einer. Dann bin ich mir quasi zu 300% sicher, wo der sich... Oh ja. ...befindet. Ich vermute mal... Hier. Hier drin. Richtig? Normalerweise ist die Kamera hier auch ganz anders positioniert. Und das Level ist klar. Na, welche Überraschung. Aber so finde ich das Ganze tatsächlich auch cool. Oh ja. Jetzt schon gar nicht mehr so einfach... Oh, wir haben Zeit bekommen. So wichtig. Ah, da ist ein Stern gespawnt. Wir haben alle drei. Sehr, sehr schön. So muss das doch, Guys. Dafür kann man doch auch meinen Like da lassen. Und den Kanal abonnieren. Es ist nur so. Eine Idee. Es tut mir leid. So, ich glaube, wir haben alle drei Sterne. Wo die Stempel sind, kein Plan. Aber ich glaube, hier steht auch... Was ist das hier? Oh, das sind die Schatten von den Zäunen, die da normalerweise wären. Aber die sind nun mal nicht mehr da, weil alles ja größer gemacht wurde. Perfekt. Das Level wäre auch geschafft. Ich muss kurz was trinken. Guys, es ist anstrengend. Wir haben draußen, ich glaube, 28 Grad oder so. Meine Grafikkarte brennt, weil alles 4K und alles in krasser Qualität. Tut mir leid. Oh, ja. Ein Riesenfight hätte ich tatsächlich Bock zu. Actually. Und ins Riesencasino können wir auch mal gucken. Oh, ein Rätselhaus in Riesig stelle ich mir auch gut vor. Aber erstmal möchte ich gegen diesen komplett verbackten Block hier springen. Okay. So. Erster Kampf. Dann Casino. Dann Rätselhaus. Das ist unsere Reihenfolge. Oh, ähm. Zufällig. Irgendein Charakter. Daisy. Daisy. Die Hitbox ist cursed. Die Hitbox ist cursed. Aber es hat Spaß gemacht tatsächlich. Also, so wie auch immer das Spaß machen kann, dass die Hitbox nicht stimmt und man ein bisschen suchen muss. Aber ich find's cool, wie wirklich alles halt verändert wurde. Nicht nur die Main-Levels, sondern auch die Zusatzlevel. Was ja, glaube ich, eher untypisch ist, wenn ich an die Toad-Häuser in NSMBU-Hacks denke, die 90% der Fälle nie verändert werden. Aber das Casino sieht auch aus, als wäre es größer. Das heißt, es wird viel schwerer. Ja. Dö, 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 dö. Schlecht. Aber im normalen Game ist das auf jeden Fall dieser Takt. Dieses dö, 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 dö. Dann kriegt ihr alle immer. Nur so ein Typ am Rande. Ich muss ja auch ein bisschen euch hier Hilfestellung geben, nicht? und jetzt das Rätsel aus, weil das stelle ich mir actually cool vor. Mal gucken, hau sie weg. Im Rätsel aus. Natürlich wieder ein Custom-Character. Hier ist Toad, glaube ich, ganz gut. Als hätte ich es gecallt. Herzlich willkommen im Rätsel aus. Hier findest du in einem Raum Baba und versuch so viele Sterne wie möglich einzusammeln und nun tritt ein Baba. Hier steht gar kein Toad, richtig? Ja, und weil zu groß ist, wird die Zeit auch nochmal ein anderes Problem werden. Normalerweise sind diese Rätselhäuser nämlich ziemlich einfach. Oh mein Gott. Yeah! Ja! Okay. Ganz entspannt müssen wir das angehen. Ah, gib mir den noch. Okay. Haben wir gar nicht gebraucht. Bam. 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 Und bam. Und zack. Ah, da vorne. Nein! Wie konnte der mich treffen? Wie soll ich denn auf den drauf springen, wollte ich gerade sagen. Aber scheiße gehen alle fünf Sterne im First Try. Das macht riesen Spaß. Versteht ihr? Wegen groß und so bin ich nicht unfassbar lustig. Es tut mir so leid an jeden, der hier zuschauen muss. Ey, es ist aber mega cool. Ich mag das voll. Ich find das Game cool. Okay, jetzt kommt nochmal riesen... ...kirschen-Gedöns. Doppelkirsche. Riesengroße Doppelkirsche. Das Level sieht unspielbar aus. Guys. Darum kümmere ich mich. Dann wird sich das Level jetzt im Standardmodus gegeben. Nur mit der Yoshi-Mod. Ich hoffe, das ist okay für euch. Dafür haben wir jetzt zwei Yoshis auf dem Screen. Die Mod hat scheinbar Lichtfehler. Auf der Stage. Und kann somit irgendwie... Äh, so. Und kann irgendwie nicht... Also, wenn ich's richtig verstanden hab. Kann nicht richtig laden. Weil irgendwie die Map so weit weg von der Standard-Map ist, dass es ein bisschen buggy ist. Irgendwie sowas wurde mir da erzählt. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Das ist einfach so. Der Mod-Ersteller hat auch gesagt, ja, deinstallier die Mod. Also, das hat er nicht mir gesagt. Oh! Ich wusste nicht, dass die... Yoshi? Alle drei, bitte. So. Wundervoll. Checkpoint! Jetzt haben wir aber auch tatsächlich mal... genug Zeit, das ganze Level zu machen. Ah! Noch eine? Wir sind zu fünft. Actually, es ist schon cursed. Es ist cursed mit fünf Yoshis. Und wir brauchen nur vier? Ja. Bin halt ein Profi, hab alle mitgenommen. Nicht einmal getroffen worden in dem ganzen Level. Wunderbar. Wisst ihr, wie viele Zusatzpunkte einer gibt? Tausend, ja. Ah, okay. Schön. Oh! Seht ihr, dass Yoshis Panzer ist ein bisschen nicht so schön texturiert? Ich will mich gar nicht beschweren. Die Mod ist super cool. Entschuldigung. No hate, bitte. Wunderbar. Das Level wäre auch geschafft. Da kommen wir zum Castle-Level. Das aber wieder in real big. Let's go. Vielleicht bin ich auch mal wieder nur der Einzige, das Gefühl hat. Aber irgendwie sieht dieses Castle größer aus, als es sein sollte. Ah, jetzt ist wieder gut. Okay. Wir spielen mit 8-Bit-Mario und schauen uns das Ganze mal an. Ist alles größer? Kann ich euch gar nicht sagen. Irgendwie sieht das gleich aus, oder? Nein, nicht treffen. Okay. Da wäre ein Stern. Schade, dass das nicht größer ist, aber ist ja nicht so schlimm. Hui. Wir können ja trotzdem Spaß haben, oder nicht? Was sagt ihr, Guys? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von der größeren Mod haltet. Ich weiß gar nicht, ob ich danach schon heute gefragt habe. Ich habe gerade kein Gesprächsthema. Ich nehme seit genau 42 Minuten auf. Nee, nee. Entschuldigung. Lüge. 44 Minuten und 32 Sekunden. Bei euch wird sowieso wieder dieses Mod an- und ausmachen dauert, bis hin dann testen. Funktioniert so und so. Dauert immer kurz. So, und der letzte Stern befindet sich hier hinten. Ganz genau. Ja, und ab zum Bossfight. Gegen. Bitte lass es Riesenbumbum sein. Das wäre so cool. Aber, ey, es ist Katzenbumbum. Es ist... Damit komme ich euch doch ein Stück entgegen, oder nicht? War es nicht so, dass man auf den bouncen konnte? Nee. In 3D-World hat man dann unendlich Leben bekommen und ist oben komplett aus der Welt rausgepackt. Oh, jetzt ist er auf einmal riesig. Was? Der Kollege ist cursed. Mikrofon, mach den sichtbar. So. Schnell. Der Unsichtbare war groß und der Normale nicht. Kann man auch machen, nicht? Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. So, wir haben alles außer den Stempel. Wie gesagt, Stempel. I don't care, man. Das hier ist auch nicht größer. Das finde ich schade. Aber vielleicht unterstützt die Mod auch nicht alle Level von Welt 2. Ich weiß es nicht. Wir haben das Level auf jeden Fall geschafft. Und damit, guys, sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wer euch das Ganze gefallen hat, smash den Like so rein, dass eure YouTube-Startseite zerbricht. Und abonniert den Channel, wenn ihr hiervon nichts mehr verpassen wollt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.